Ich mach den Sandi zu, dass er nicht reinkommt. Kommt jetzt viele schmacken. Ja, ich kann mich... Jo Leute, wiederkommen zurück zu PlaySide 2. Markus, Sven und Loki ist dabei, aber Loki ist nicht bei uns im Krupp. Ja. Ja. Was für ne Scheiß-Ansage. Ja, deine Ansagen werden immer besser. Naja, ich hab sogar das Gefühl, dass es wie der Käse war. Naja, egal. Ähm, ja, wir machen eh so ein bisschen unsicher. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem Harris-Ansage, oder? Ja. Hat Hatchi oder Hilbert? Ähm, frag Markus, er schütze ich bin eh gleich wieder raus, ich brauche nur einen Transport zur nächsten Base. Ich will wissen, die Blitzskill noch. Hat Hatchi oder Hilbert? Trauf an, was und folgt jetzt kommt, ne? Weiß ich nicht, also wir fahren hier mit ner Riesen-Panzer-Armee los. Ich glaube wohl nicht, dass die Gegner da was dagegen setzen können. Dann nehmen wir ja mal Helbert, ne? Also, Helbert. Wüsst'n du? Ja, am Fahrzeug-Terminal. Ich war so an so... Ja. Wie war das auf der Straße? Bei der Brücke? Ja, ich bin eh Platz 4 noch oder so. Helbert hat der Junge sich gewünscht, Helbert kommt. Machen wir mal so. Gut, wir haben richtig pünktlich angefangen. Eine Minute muss ich abziehen, dann haben wir genau 10 nach angefangen. Da können wir genau 60 Minuten machen, das passt ja richtig gut. Wollen wir nicht, dass Loki mir jetzt meinen Platz wegnimmt? Doch. Ich nehme es. Das Loki ist mein Gunner. No thanks. Jo, ich nehme den, äh, Flash. Wie gesagt, ich fahre das eh nicht lang ich will eh. Äh, fighten, nein! Ach, scheiß Sprung-Ding da. Warte mal vor, ich komme. Aber diesmal wieder so geist Teamplay wie letztes Mal, das war richtig cool. Ich hab mir gefallen. Leider war es nicht mehr in der Aufnahme, oder hat es die Aufnahme verrissen. Durch den Black Screen. Da bräuchten wir aber kleinere, äh, ähm... Ja, das kriegen wir schon hin. Dass wir da zu dritt geiles Gameplay machen könnten. Ja, das kriegen wir schon hin. Schon eng gebacken. Was sagt die Ping? Ping sagt 52. Ping sieht gut aus. Ah, hier wäre doch Helbert, äh, Kattetsche besser gewesen. Hör doch mal auf den Profi. Du hast gesagt, ich soll mich auf Markus hören. Ja, ich hab gesagt Kattetsche. Ja, ich hätte eigentlich auch Kattetsche genommen, weil wir so viele Panzer haben. Ja, eben, Markus ist wieder verkacken schuld. Nee, du hast gesagt, ich soll Markus hören. Ja, trotzdem, Markus hat gesagt Kattetsche und dann ist Markus schuld. Achso. Äh, Helbert, dann ist Markus eben schuld. Oh, scheiße, ist ne Max. Ja, toll, ich bin direkt von die Max. Direkt ne Max. Ja, was für ne hässliche. Insta Max. So, die fahren wir jetzt in die Base ein, von hinten. Von hinten. Das ist hinten gesagt. Die Max ist da und genau das, was irgendwie alle anderen auch machen. Wir haben die Base schon infiltriert, sagen wir mal so. Base schon komplett belagert. Ja, Paris, da bringt's nicht. Nee, ihr müsst reinkommen. Ja, ich komm noch rein mit dem Ding. Alter, wieviel Schuss. Ich brauch vier Schuss mit der Blitz, um meine Mine hochzujagen. Du hast auch ein 50-Schuss-Magazin. Da, Spion. Spion dann. Alter, Junge, stirb doch. Mach es, bring mir Kille fest. Danke. Nein, Sichtungsbote. Und Kille ist es doch. So lange ich nicht sterbe, bin ich schon glücklich dabei. Was nervöser. So stellen wir mal. Gut, die Pills haben wir. Geil, verbündete Artists war Tedroof. Oh nein, nein, nicht sterben, sterben. Der nächste Kabinette, der mich reinfährt. Ja, du fährst in die rein. Nein, das sind die Panzer, die in mich reinfahren. Oh, ich mach den Sundy zu, dass er nicht reinkommt, oh nein. Hey, toll, komm, jetzt viele euch nicht mehr. Ja, ich konnte nicht weg, hinter mir standen Sundy. Hinter mir standen drei Sundys, die die ganze Zeit auch gegen mich gefahren sind, warum wir Schaden genommen haben. Oh, fuck. Die Hälfte des Schadensfass kam von den Sandern, die die ganze Zeit gegen mich gefahren sind. Weil die alle im Berg runter gehüpft sind und auf mich drauf gehüpft sind. Die meistert noch, der Nook. Der Nook. Das glaube ich doch jetzt gar nicht, dass du mich noch gemessert hast. Aber ich hoffe, du hast ein paar Leute erschossen. Nein. Also, Markus. Nein, ich bin doch gestorben. Ich bin doch gestorben. Markus, du bist du. Ich bin bei Marburg. Ich auch. Das bringt uns nix, wir müssen hier angreifen, angreifen, angreifen. Äh? Wir sind im Angriff, Dippdipp. Juhu, kill. Juhu. Ja, Bruder mein, der will es bauen campen. Natürlich. Angreifen, angreifen, angreifen. Dafür sind wir hier. Surzfarm. Ja, das habe ich mir auch vergedacht. Die wollte ich auch feststellen. Ich brauche mehr Granaten. Kann man seine Granaten erhöhen? Ja. Granaten haben wir los. Wie viel kriegen wir da maximal rein? Je Stufe eine. 4 oder 5 müsste zu gehen. Boah, geil. 5 Handgranaten. Elik, weil du das spammen kannst. Ja. Wie einem, oder? Scheiße. Aber jede Granate kostet halt auch 75 Ressourcen, oder so, ne? Ach, das war scheiße. Weißt du, kannst eh nur einen in der Minute werfen, oder so. Oh, shit. Ja, die Waffen sind einfach so stark. Oh, oh. Den Entmixern. Das war nix. Das C4 habe ich verschwunden. Was kostet ein C4? Ähm, linke Flanke. Bei Loki. 75, glaube ich. Das ist auch teuer. Auf der Brücke. Wir müssen die Brücke safen. Kommt mal rüber, Jungs. Wir müssen auch mal safen. Ah, ist safe. Ah, ist safe. Aber ich bin auch auf der Brücke. Ich schieße... Ah, fuck. Jetzt habe ich etwas passiert. Du bist nicht auf der Brücke. Du bist da oben. Ich stand da oben und hat die ganze Zeit die Brücke abgeschossen. Wie kannst du da hoch, Alter? Hochlaufen. Okay. Kannst du mich wiederbeleben? Du bist ja fertig. Oh, fuck. Das wäre geil. Das bräuchte auch unsere Anni. Gut, das war jetzt ein 3.000er. Oh, ich habe nur noch 53 Schuss. Ich sollte mal Richtung Muni-Pack laufen. Irgendwo da vorne. Aber wir müssen nur nicht durchbrechen lassen. Das wäre das Fatale, wenn wir es jetzt irgendwo durchbrechen lassen würden. Ich glaube nicht, heute. Ja, wir sind genug hier. Ja, ich glaube auch. Wir haben genug Panzer und alle. Panzer bringen uns hier drin zwar wenig, aber die zwei Panzer, die hier drin sind, die bringen was. Oh. Oh. Wenn ich noch einen Treffer kassiere, bin ich tot. Oh. Also der Wacker 2 ist geil. Also der... Ach. Hilft schon einiges. Hm. Das war jetzt nichts. Au, au, au. Von oben, von oben. Verdammte Scheiße. Oh, fuck. Fast tot, ey. Ja gut, die Base müssen wir dann haben. Quasha ist auch noch da. Boah, shit. No. No shit. Kein Scheiß, Markus. No shit. Ich habe mich gekillt, der Wixer. Ist... Der... Der Spiker. Die Spiker ist saugeil. Ja, hat mich aber mit 0% gekillt. Boah, da tanz ich schon wieder. Die Scheiß-Spiegelung. Wenn dein Leben schon nicht mehr sichtbar ist und dann kriegst du eine Kugel ab. Gibt's doch manchmal, dass du dein Leben schon fast nicht mehr kennen kannst. Na cool, das war's so. Sie haben sich weggelegt. Sie haben sich weggekillt und dann kam der sich... Sie haben aufgegeben. Ja, doch. Und zu sich. Sie haben sich aufgegeben. Wann sie noch machen? Kämpfen und sterben! Super. Ian, voll untergehen. Wie... Wie heißt... Wer hat der letzte eine gesagt? Glorifold Empire. Glorifold Empire. Glorifold Empire. Stirb... Irrenfall. Sterben oder... Oder noch mehr versterben. Diegen oder sterben. Sorry, Futter. Du bist in den Schuss gelaufen. Boah, kriegt euch. Der Töte wieder alle. Ne, ich hab ihn nicht getötet. Du verschwinden die gleich so fort. Ich hab den nächsten geschossen. So dumm. Loll. Der schießt hier grad einen nach dem anderen von den Pässen. Boah, Mann. Du rindt rein und verreckt einfach. Ja. Er war ja rein, das ist halt das, ne? Ja, ich stand vor der Tür und haben sie alle weggeholt. Im selben Raum. Aber was ist Sunny? Hätt mich ja hier holen sollen. Ich bin kein Sunny, ich bin Heavy. Gigi, mein, Gigi. Da irgendwo da drin noch. Gigi, mein. Gigi, mein. Oh. Ja, sieht schon mal ein. Glaube von der Empire, ne? Fuck off. So, Markus, diesmal Cartagia, weil in ne anderen Base kann man reinfahren. Cartagia machen, oder? Danke, Digi. Ich nehm Lightning. Erstmal Ingeniemen. Ja, bin auch gerade dabei. Nö. Leichter. Ich mach's wieder leichter. Und dann wundest du dich wieder auch, wenn du irgendwo stehst, brennst du, die will keiner helfen. Äh, ihr müsst links, äh, rechts im Berg hoch. Warum? Sind der Panzer? Ne, Roadkill ist für euch. Oh, das ist nett. Ja, Roadkill ist für Sven nicht. Ja, da hab ich auch mal ein Paket, was denn? Das kann man schon mal akzeptieren, so. Catcher, let's go. Da, wo ich stehe, ist der Berg hoch. Ich krieg nämlich so... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.